ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Und deswegen sollt ihr noch weniger Störgeräusche hören Und noch mehr von unseren wohltuenden, angenehmen, ein bisschen gruseligen Stimmen Und jetzt ist die Erwartungshaltung an die eigene Stimme einfach viel zu hoch Und ich habe Angst weiter zu reden Okay, der Frage Podcast Oh Gott Es geht los Genau Wir haben gerade, bevor wir angefangen haben, noch darüber gesprochen Wenn ich irgendwie mehr recherchieren sollte Vor unseren Cast Und dann habe ich gedacht Oder war meine Sorge, die ich aber extra zurückgehalten habe Bis es jetzt losgeht War Scheiße, wiederholen wir uns nicht ständig Und worüber reden wir eigentlich? Sollten wir nicht da so ein bisschen Linie, Konzept mehr reinbringen? Oder machen wir weiter einfach Freestyle? Und ich weiß es nicht, ehrlich gesagt Und auf der einen Seite Zwei Gedanken Erster Gedanke Auf der einen Seite ist es halt cool Das Konzept war ja von vornherein Wir reden einfach Das haben wir in der ersten Folge auch so gesagt Und haben gesagt Scheiß drauf, wir machen Freestyle Wir gucken, was dabei rauskommt Gleichzeitig ist der Druck jetzt so gigantisch Weil wir jetzt über 100 Aufrufe haben Und die Quote ist gigantisch Sie sagen Ja, steigen Und die Frage war Sollten wir nicht da irgendwie gucken Dass wir das irgendwie spannend halten Oder ist es eigentlich überhaupt spannend? Keine Ahnung Genau Oder ist unser Anspruch spannend? Oder ist unser Anspruch Blödelei? Oder ist unser Anspruch Aufklärung? Oder ist unser Anspruch... Also wir haben auf jeden Fall Identitätsprobleme Identitätsprobleme Was geht ab? Sollten wir einfach die Identität von Wilma heute festlegen Okay Oder eh mal doch nicht Wilma Punkt cool Wilma Punkt lost In Translation Ja Genau Ich habe gerade schon gesagt Ich kann mir vorstellen Was du dir Was für Sorgen Sag ich mal hast Und diese Sorge Habe ich nämlich auch Immer mal so gedacht Weil dass wir Immer so ein bisschen abdriften Dann in diese Tech, AI Welt ist schlecht Irgendwie so Richtung Driften oder so Weil das halt so Das ist womit wir uns Meistens in der Freizeit Beschäftigen Spontane Idee Wir sollten das Unternehmen Irgendwie ins Portfolio tun Was Tempos herstellt Weil die Leute Die 100 Leute das hören Weinen am Ende wahrscheinlich Weil es alles so traurig Und dies da ist Deswegen würden wir da Auf jeden Fall Unser Profit rausschlagen Obwohl wir ja auch immer So einen kleinen Geben eigentlich auch immer So ein bisschen So einen positiven Ausblick Ich habe das Gefühl Wir enden eigentlich nie mit Okay alles ist scheiße Und go go Selbstmord Ich weiß es nicht Ich habe es nie gehört Wir haben keinen Hörer heute Scheiße Ja Vielleicht soll ich mal Die Podcasts im Nachhinein Noch mal hören Weiß ich wie der Vibe ist Ne aber Ich sehe das Auch so Ich glaube Wir hatten doch Folge Drei Ja so viele Ich glaube Folge drei war das Wo wir uns vorher Beide quasi Ein Thema überlegt hatten Wo wir irgendwie Bock drauf haben Das zu besprechen Das war bei mir Das Sport Ding Das ist dann ein bisschen So in deines Eingefadet auch In deinem Thema Und das fand ich glaube ich So eigentlich ganz cool Weil das ist dann Mehr als Okay wir gucken jetzt Wann haben wir einen Termin Also wenn wir wissen Wir haben einen Termin Wo wir uns treffen Und zum Podcasten Dann Achso nur kurz Also wir machen jetzt Übrigens das Konzept Part 2 quasi Im Prinzip Damit ihr wisst Was auf euch zukommt Und mal gucken Wo es noch hingeht Aber ich finde Der Titel sollte trotzdem Irgendwas mit Identitätsfindung Zu tun haben Das ist ein bisschen Catchier als Konzept Part 2 Weil die Part 1 gehört haben Denken sie es auch Nicht schon wieder Die gleiche Scheiße Das heißt Identität Und Pornos Und das Das zieht die Klicks Bron Bron Das ist noch ein bisschen Ja also wenn wir Quasi einen Termin haben Weil wir uns sehen Dass wir dann quasi Uns so ein bisschen Gedanken machen Und nur ein Wort Oder einen Satz aufschreiben Zum Beispiel Ich hab Bock über Weiß ich nicht Es gibt ja verschiedene Einflüsse Die man hat so hat Ob es jetzt über Ich hab mein Thema Für heute Gerade gefunden Jetzt hast du Druck erzeugt Herzlichen Dank Also ich glaube Dass wir auch von einem Thema profitieren können Das sage ich glaube ich Auch wenn einer Mit den Stimmen Sag ich Schlimmer So aber das Ich glaube das reicht schon Als wenn wir Wenn wir einfach reingehen Und sagen Ach was mal quatschen Dann geht es glaube ich Um die gleichen Themen Und die es sich immer drehen Aber es ist auch in Ordnung Ich glaube es ist in Ordnung Ich glaube es ist in Ordnung Es sollte nur nicht Fünf Folgen am Stück Quasi dann drehen wir uns Im Kreis Aber da wir das Aber vielleicht ist das Ganz geil Für unsere Selbstreflexion Weil wir dann merken Eigentlich reden wir Immer mit recht scheiß Und geilen uns drauf Aber genau da sind wir ja gerade Dass uns das aufgefallen ist Dass wir irgendwie so ein bisschen Uns um die gleichen Dinge drehen Und wir gucken Wie wollen wir vielleicht Ein bisschen andere Exzente setzen Oder vielleicht auch nur Auf so einem anderen Blicken Geht drauf schauen Das reicht ja auch schon Also ich glaube nicht Dass es Sinn macht Uns jetzt großartig zu verstellen Aber wenn wir dann wirklich Jetzt rede ich gerade zu viel Aber wenn wir dann wirklich Dann so ein bisschen Wenn wir ins Kino gehen Wenn wir dann so ein bisschen Review machen 20 Minuten Weil wir einen Film quatschen Wenn wir dann unsere Pizza Review machen Wenn wir unsere geile Limo Review machen Wenn wir dann so ein bisschen Gucken Wir sprechen einfach über Coole Getränke Wo wir Bock drauf haben Oder irgendwie sowas Ich glaube das ist Eine nette Abwechslung Für zwischendurch Und das wäre dann Und das ist unsere Hauptfolgen So ein bisschen Dem Konzept folgen Wir haben so ein bis zwei Themen Auf die wir beide Bock haben Und das ist entweder Weil es gerade auch passt Genau das worüber wir immer reden Oder es ist zum Beispiel Wenn wir dann Über den Umzug reden Und einer von uns Muss sich ein neues Regal kaufen Und dann waren wir bei Ikea Und dann geht es halt Einen Tag Geht es mal eine Folge lang Um Ikea Um wahrscheinlich einen Ikea-Tag So Kann ja sein Oder Also das was uns quasi Schon beschäftigt Was uns berührt Weil ich glaube anders Macht es keinen Sinn Und irgendwas künstlich Uns auszudenken Okay dann lasse ich den Artikel Über schwarze Löcher Heute mal in der Schublade Nein Alter krass Schublade-Effekt Und das ist nicht künstlich Das war jetzt real Okay wir dürfen jetzt nur noch Effekte nutzen Nitrowell Naja mehr habe ich nicht Okay Kommt ja ruhig Aber was sagst du dazu Ich habe jetzt einfach viel Gelabert Und was ist da deine Meinung zu Genau das Ja Ich könnte das jetzt nochmal wiederholen Wir lassen es aber Glaube ich Das ist ja unnötig Eben Deswegen würde ich sagen Schreibt es uns in die Kommis Oder bei Instagram Gibt es halt nicht Aber auf Instagram wäre schon ganz cool Klar Aber es gibt auch Kommentare glaube ich Ja Ja man Lass mal ein paar Likes Da haben ein paar Kommis Wir haben ja gesehen Es gibt drei Leute die Soundcloud nutzen Ja das stimmt Und dann iTunes Bewertung Wir brauchen eine iTunes Bewertung Stimmt Da haben wir noch keine einzige Das ist ein bisschen toll Ich habe mal auf 5 Sterne geklickt Ja ich auch Aber das bringt nichts Du musst auf Bewerten klicken Und dann kannst du Dann schreibst du da was Dann musst du das quasi schreiben Aber ich glaube dann taucht dein Name auf Und ich wollte mich Ja Ich wollte mich jetzt bei der ersten Max Pelzer Inhaber des Podcasts quasi Hat gesagt Voll toll danke Ja Die hat mir voll geholfen Durch schwere Zeiten Kommt noch Kommt noch Kommt noch Ja Ja Jedenfalls Nur ganz kurz Das ist halt spannend Auch also Auch wenn es nur für 3-4 Hörer ist Ist ja mal spannend So was Die 3-4 dann davon halten Und sagen Ne Macht das Sinn Oder macht das keinen Sinn Wäre interessant mal so ein bisschen Feedback dazu zu haben Nicht jetzt ob das total toll ist Unser Podcast ist scheißegal Aber so Thematisch Ob das cool ist oder nicht So wie zum Beispiel diese 20 Minuten Episoden Die kamen ja nur zustande Weil wir Gehört haben Und dass das mal eine coole Sache wäre Ja Genug gruseliger Ansprache an irgendwelche Hörer Die es nur ein bisschen gibt Ne die gibt es ja schon Aber es gibt noch nicht viel davon Was ist denn Aber bisher waren die relativ treu alle Ja Danke Oh ich hab ein Song für die Playlist heute Troy Fanta 4 So du bist dran Mein Playlist Song kommt später Nein das ist auch nicht meine Nicht Na gut ich hab nämlich auch noch keinen Das war Ja dein Thema Mein Thema Ich hab so Typischen Feiertagstag Moment Aber nicht so negativ Wie sonst immer Sondern eher Bei mir ist es immer so Immer wenn Sonntag ist Oder so ein Feiertag Dann ist das immer ganz geil Weil automatisch so dieser Reflexionsmechanismus Über die letzten paar Wochen Irgendwie Yay Unsere Stimmlagen Was ich damit meine ist Es ist nichts wertendes Mein Leben ist relativ monoton Im Hinblick auf die Aktivitäten Weil es aktuell nur aus Arbeiten, Wohnungssuche Arbeiten, Wohnungssuche besteht Was wiederum in sich selbst Irgendwie total spannend und bunt ist Arbeit ist bunt Wohnungssuche ist total lustig Also einfach die Tatsache Verschiedene Ja Wohnungen von Fremden Ständig zu sehen Und da mal einen Blick rein zu werfen Sich inspirieren zu lassen Das ist total spannend Aber so wenn man von oben drauf guckt Ist es immer die gleiche Aktivität Du suchst was Du guckst es dir an Du arbeitest Und das ist halt nicht so viel Abwechslung Also einfach von den Hauptaufgaben Genau Und was ich festgestellt habe Ist dass mich das früher Irgendwie kirre gemacht hat Und ich merkte Du brauchst jetzt irgendwie Du musst jetzt irgendwas cooles machen Und dann zwingt man sich Zu irgendwelchen Pseudolustigen Aktivitäten Und dass ich aber jetzt Irgendwie total entspannt bin Und das einfach gut Gut akzeptieren kann Dass es halt einfach mal Für eine Phase Einfach genauso ist Ohne Special Sachen Wo man sich dann Nachher irgendwie Große Geschichten zu erzählen Sondern es sind einfach Die kleinen Wege Die dann irgendwie lustig sind Und Ich fand es einfach nur Lustig zu merken Dass es sich nicht mehr so Schlimm oder falsch anfühlt Wie es mal vor einer Weile war Und wenn ich mal Vor einer Weile zurück bin Habe ich ja gesagt Was war denn vor einer Weile Wann würdest du sagen War das dann War das noch Studium War das Ausbildung War das Schule eher In jeder Phase eigentlich Immer so ein bisschen Also es gab halt Phasen Im Studium Phasen in der Ausbildung Phasen in der Schulzeit Wo ich dann So dachte Ist das schon alles irgendwie Kann ja nicht noch mehr sein Und dann war immer Dieses unendliche Optionen Möglichkeiten Und es verläuft alles So statisch Und immer die gleichen Sachen Die wiederholen sich Und ich hatte das Als etwas Negatives empfunden Und jetzt Gerade heute Hatte ich nochmal so Während der Bahnfahrt Hab ich so drüber nachgedacht Eigentlich ist das gar nicht schlimm Weil ich würde mir aktuell Keinen Gefallen damit tun Wenn ich krampfhaft versuchen würde Irgendwie mein Leben Cooler zu gestalten Und cool ist halt immer Fragezeichen Was ist das eigentlich Aber wenn ich jetzt mal Vergleichen würde Mit irgendwelchen Anderen Leuten Die jetzt gerade In meiner Phase In meiner Lebensphase sind Die machen vielleicht Irgendwelche coolen Reisen Aktuell Da touren durch die Welt Und sonst Das sieht man ja gerade Jetzt zur Sommerzeit Ganz häufig Und ich denke mir Ja es passt einfach Gerade nicht rein Irgendwie einen Urlaub Großartig zu machen Oder so eine 3-Monats-Weltreise Oder so anzupeilen Obwohl es cool wäre Obwohl ich da auch Bock drauf hätte Aber es passt einfach nicht Und das ist okay Dass es gerade nicht passt Und es ist nicht dieses Dieses Gefühl von Ich verpasse was Oder es gibt mir was verloren Wenn ich das nicht mache Und das fand ich irgendwie Ganz angenehm Dass es heute mal Oder jetzt Mittlerweile nicht mehr So stark ist Und gleichzeitig Warum eigentlich nicht Stimmt irgendwas nicht mit mir Ist irgendwas Verbogen Ich habe so ein bisschen Das Gefühl Man strebt immer So ein bisschen Nach diesen Säulen Die einem so ein bisschen Halt geben So nach dem Motto Ich Zum Beispiel Man könnte unsere Podcast-Sessions Ja auch so als eine Art Säule nehmen So nach dem Motto Okay einmal die Woche Treffen wir uns Das ist so ein Ritual Jetzt so ein bisschen Und solche Rituale Geben einem ja meistens Irgendwie Halt im Leben Und man denkt sich Okay egal was schief läuft Ich weiß Sonntag kreffe ich mich mit Willi und alles Zur Beichte Zur Beichte Genau Thema Punkt Beichte Oh reiche Ohne Anfassen Ja quasi Mit Jugendschutz Es kriegen alle Mitarbeiter Ja Überall den Kameras Wenn irgendwer was Böses tut Es gibt es direkt Schellen Und auch der Sport Und ne Klettern gehen Und leichter legen Das sind alles so So Säulen Sag ich mal Die dafür sorgen Dass egal wie Wie chaotisch alles ist Die dafür sorgen Dass man trotzdem noch Eine Struktur im Leben so hat Und jetzt ist es halt So ein Alter Mit so 26 21 Wie alt wollen wir sein 18 18 Okay Wir sind 18 Das ist jetzt gerade Der Punkt im Leben Wo man sagt Okay wir haben Irgendwie darauf hingearbeitet Dass wir da sind wo wir sind Job anfangen Und irgendwie Man weiß einfach Wie man selber so tickt Was einem gut tut Und das hat sich jetzt so etabliert Und ich glaube Dass das diese Monotonie ist Monotonität Monotonie Ist von der du gerade gesprochen hast Und irgendwie hat man darauf hingearbeitet Mit Ups und Downs Und wo man dann mal Kirre war Und mal nicht Kirre war Weil man irgendwie dachte Man muss irgendwie mehr erreichen Und jetzt irgendwie so Ja okay Ich könnte jetzt auch Energie reinstecken Um mehr zu erreichen Ich könnte sagen Okay Fuck it Ich schmeiß meinen Job Bring Chaos rein Aber vielleicht auch Coolness Dadurch dass ich dann sage Ich gehe jetzt reisen Ich mache das und das Aber bin ich quasi bereit Den Komfort Das was ich mir jetzt erarbeitet habe Aufzugeben Dafür dass es vielleicht Eventuell cooler sein könnte Und da merke ich so für mich Dass ich dann immer zu diesem Punkt komme Und sage Nee Es ist mir nicht wert Ich bin das Risiko gerade nicht bereit Einzugehen Vielleicht irgendwann mal wieder Vielleicht auch nicht Was ich aber auch finde Und das ist die Erkenntnis kam Auch vor kurzem irgendwie Durch das Ausprobieren Verschiedener Auslastungsgrade Also meiner selbst irgendwo Da habe ich auch festgestellt Wenn ich zu viel irgendwie Gleichzeitig mir auflade Dann funktioniert gar nichts So richtig gut Und da die Balance zu finden Zwischen Wie monoton Wie langweilig In Anführungszeichen Darf das Leben sein Oder soll es Muss es auch sein Damit irgendwie diese Säulen Von denen gesprochen ist Damit die gut funktionieren Ich weiß nicht Ob das damit zusammenhängt Dass man einfach selbst Irgendwie Dass ich selbst Ich sage Mir selbst irgendwie einzugestehen Und zu sagen Okay es bringt halt nichts Einfach Weiß nicht 60, 80 Stunden zu arbeiten Die Woche Dann noch krampfhaft zu versuchen Mich im Fitnessstudio Jetzt irgendwie kaputt zu machen Im positiven Sinne Dann weiterzubilden Mit Büchern zu Hause Am besten noch Geil essen Genau Dann pro Monat Nochmal vier Bücher rein Zu verschlingen Und dann irgendwie jeden Tag Mein Kalorieziel Genau zu treffen Und dann noch Der perfekte Freund zu sein Und dann noch Für die Familie da zu sein Und den Freundeskreis zu bespaßen Und dann noch Irgendwie einen schönen Urlaub Und Ich mag ja die Priorisierung Die war jetzt Die war komplett willkürlich Gewert Aber also Eigentlich aber Vielleicht auch nicht ganz willkürlich Sondern eher vom Zeitfaktor her Das eine schluckt am meisten Und dann waren es halt die Dinge Die irgendwie am wenigsten Zeit abbekommen Oder einfach Ja Scheiße Nein aber Nein nein klar Was ich sagen wollte ist Wenn man sich das Wenn man Also wenn ich habe gemerkt Wenn ich versuche alles irgendwie Aufrecht zu erhalten Dann bin ich total fragil Weil dann Habe ich keinen Puffer mehr Und wenn dann einmal irgendwas nicht klappt Dann bricht die Säule halt super abrupt weg Weil der Anspruch an die Säule So krass hoch ist Wenn du zum Beispiel sagst Ich muss viermal ins Fitnessstudio gehen Pro Woche Und das ist dein Sag mal dein Minimum Was du dir setzt Und dann schaffst du die vier nicht Dann lebst du einen ständigen Enttäuschungsloop Und wenn du das bei allen Sachen Halt bleiben In Anführungszeichen Und die es dann halt sind Für diese Phase Da sind ein paar Sachen weggefallen Auch bewusst einfach so wegfallen zu lassen Und nicht hinterher zu tragen Jetzt kann ich nicht so Jetzt kann ich nicht so offenes Fitnessstudio Und meine ich Ich finde das schlechte Gewissen Vor dem du nicht mehr klettern kommst Ja Aber das sind ja gerade die Dinge Wo ich sagen würde Klar Ich könnte jetzt sagen Hier ist heute noch mitklettern Dann schaffe ich den Arbeitsteil Für heute Dann bin ich morgen den ganzen Tag Irgendwie unter Feuer Und gestresst Und zersammel ich mir quasi Die komplette Arbeitswoche Wenn ich heute jetzt abends Noch irgendwie klettern gehe Oder nachmittags Deswegen dann einfach Der Trade-off zu sagen Okay, was ist gerade Was tut mir dann weniger weh Oder mehr weh Und dann ist es okay Voraussicht dann auch So nach dem Motto Okay, ich kann natürlich heute Unvernünftig sein Und du könntest heute Abend Irgendwie krass Party machen Und um drei ins Bett gehen Und so Und morgen der Tag Wird irgendwie funktionieren Aber man weiß, dass dann Die ganze Woche im Sack ist Und zu deinen Säulen Noch kurz Ich finde Wenn man nach so einer wegbricht Dann ist es oft so wie So ein Domino-Effekt In der Thematologie Eine Säule kippt in die andere Und dann ist es wie so Ein griechischer Tempel Der so ineinander stürzt Und alle Säulen so ineinander klatschen Weil Wenn du da zum Beispiel mal krank bist Dann ist es ja sehr viel schwerer Diese Ziele Die man sich geschehen hat Zu erreichen Dann ist man enttäuscht vom ersten Zack Dann kann man nicht irgendwie Sport machen Dann ist man irgendwie so So fertig Und muss sich um andere Sachen kümmern Dass dann irgendwie Das Arbeitsziel nicht erreicht wird Und so Kracht dann alles ineinander Und das wird immer negativer Und man fühlt sich immer mehr erschlagen Von diesem Tempel Der zusammenstürzt Wie die Säulen Und Ja Und ich glaube Das ist ein großes Problem Was wir oft haben Dass wir uns diese Dass wir uns sauberlich bewusst sind Dass es auch mal in Ordnung ist Dass immer so ein bisschen Da von diesen Zielen Die man sich vielleicht setzt Gezwungenermaßen Oder freiwillig Dass man von denen einfach mal Ein bisschen abrückt Und sagt Okay Ich gucke mal auf mich Und was tut denn mir eigentlich gut Und nicht Was tut mir gut Weil ich denke Dass andere das erwarten Oder dass ich das auch selbst erwarte Vor allem gerade dann Wenn ich jetzt mal Auf uns schaue Unsere Ziele Oder einfach so diese Säulen Die wir uns ja aufbauen Das sind ja oft dann auch so Dinge Die mit Weiterentwicklung Zu tun haben Also So doof es klingt Aber irgendwie kriegen wir das Ja ganz gut gebacken So ich nehme mal Diesen Standardkram Sowas wie Haushalt Steuern Steuern Finanzkram Also alles so Dinge Auf die man gar keinen Bock hat Die irgendwie gemacht werden müssen Dass wir die irgendwie im Griff haben Also wenn ein Auto Wenn das Auto kaputt ist Wird das irgendwie repariert Das läuft dann irgendwie Wenn irgendwas mit der Wohnung sein sollte Klingt ja super schnell gefixt Also es gibt eigentlich nicht so Wie sagen wir So typische Baustellen Von denen andere Leute Dann manchmal berichten So nach dem Motto Oh ja Seit zwei Jahren Ne Ich habe schon seit voll vielen Monaten Irgendwie so ein Problem Im Wasserschalen Irgendwas Irgendwie haben wir die Basis Irgendwie im Griff Das läuft einfach so Das heißt alles was wir drum herum tun Mit den Säulen Sind einfach Dinge Die uns dabei helfen Irgendwie zu wachsen Charakterlich In der Persönlichkeit Auch körperlich Das heißt jetzt halt Sport Irgendwie Weiterbildung Was lesen Irgendwie Einfach mal quatschen Und Das sind auch so Dinge Ich stelle mir das dann so vor Wie beim Training Da hast du so Phasen Wo du dich selbst Irgendwie total pusht Dann ballerst du dir mal Jeden Nacht Irgendwelche Artikel rein Und liest Bücher Und gehst auf irgendwelche Events Keine Ahnung Und da brauchst du auch Irgendwie diese Phasen Wo es dann einfach Die pure lange Werde dir ins Gesicht schlägt Und du dir denkst Okay Ich muss halt auch mal Einfach mal akzeptieren Dass kein neuer Input kommt Das ist halt so schwer Dann einfach zu sagen Okay Weil irgendwie Ich weiß nicht warum Manchmal das Gefühl Hinter mir steht einer Und ich muss rennen Und dann einfach Diese Rastlosigkeit Die kann ich irgendwie Besser steuern im Moment Das ist das Was mich irgendwie Ganz happy macht Im Vergleich zu Vor ein paar Monaten Jahren Wo ich das nicht Abschalten konnte Wo ich dann immer Das Gefühl hatte Jede Sekunde Wo ich nicht irgendwas tue Was mich irgendwie Erfordert Nach vorne bringt Ist verschwendet Ja Und das finde ich Cool Dass du jetzt so sprechen kannst Weil ich weiß noch Wie wir vor 3, 4 Jahren Im Auto saßen In St. August Vor der Wohnung Und wir genau darüber Gesprochen haben Dass du gesagt hast Ich hab da irgendwie Da ist doch so Da muss doch ein Ziel sein Da muss doch irgendwo hin Und so Und genau dieses Rastlose Und ich glaube Dass das viele Leute haben Und ich glaube Dass das ein großes Problem ist Ich hab da irgendwie Glück Also ich glaube Das ist nicht irgendwie jetzt Ich glaube ich nicht erarbeitet Ich glaube ich bin vom Typ her Einfach nicht so Dass ich da so Mir immer so Ziele setzen muss Sondern bei mir ist es eher so Dass ich eher so Im Moment verharre Und mir dann eher Energie da reinstecken muss Dann doch was zu tun Und deswegen baue ich mir Diese Säulen auf Damit ich so Verpflichtungen habe So nach dem Motto Mittwochs zum Leichele Gehe ich immer hin Egal was passiert Da muss ich mich auch nicht Veraufrafen oder sonst irgendwas Aber so zum Beispiel Dass ich mir jetzt mal ein Buch nehme Also das war lange her Sehr lange her Und irgendwie hab ich immer So das Gefühl Dass das uns so Ganz lustig unterscheidet Und wir uns dann Gegenseitig so ein bisschen Inspirieren In so einer Art Und nach dem Motto Du zeigst mir Okay Man kann auch mal Den Arsch hochkriegen Und kann ein bisschen was tun Und vielleicht Andersrum so Dass man halt nicht immer Schönes Teegeräusch Nicht immer Nicht ruhelos sein muss Und dass wenn man mal Nichts tut Dass es auch in Ordnung ist Vielleicht Dass man dann nicht schlechter ist Oder so Ja für mich war es tatsächlich Ja so ein externer Faktor Mein neuer Chef quasi Der dann zu mir sagte Ja krass Wie kann es sein Dass du in anderthalb Jahren Irgendwie da so Durchrödelst Wie so ein Bekloppter Vergiss nicht auch Ab und zu mal So runterzukommen Und dann kam halt Die Begründung hinterher Die mich dann wiederum Überzeugt hat Weil diesen Spruch So ja mach mal Ein bisschen langsamer Ey den hörst du ständig Aber irgendwie ist da nichts hinter Und irgendwie finde ich Muss dann auch Die Person die das sagt Irgendwie Der muss so zutrauen Dass sie die Erfahrung Auch gemacht hat Sonst ist das so ein Ratschlag Der irgendwie In so einem Fucking Kalender steht Und du denkst Ja das sind so 0815 Sprüche Die einfach Wo null Substanz hinter ist Die vielleicht richtig sind Aber es ist nicht authentisch Wenn das dann so kommt In dem Fall war es das Weil er sagte dann Ja du musst auch In deiner Rolle Irgendwie in der Lage sein Bei klarem Verstand Entscheidungen zu treffen Weil du bist derjenige Der das dann verantwortet Und dann halt auch Die Entscheidung irgendwie Abwägen muss Und das Risiko auch sehen muss Und diese klare Sicht Und dieses Wirklich Diesen Fokus zu haben Und auch mal rauszoomen zu können Und die Situation Auch nach oben zu betrachten Und dann zu entscheiden Die hast du halt nicht Wenn du halt Am Limit Unter drei Red Bull Völlig übermüdet Dann irgendwie Auf die Arbeit schleppst Genau Und das war der Punkt Wo ich gesagt Okay das ist Nachvollziehbar Das klingt smart Und das war der Punkt Wo es bei mir im Kopf Klick gemacht hat Und gleichzeitig Lese ich gerade ein Buch Wo drin steht so Ey Wenn du so was Also wenn du so einen Job Also da geht es speziell Um den Job Den ich jetzt aktuell mache Und das fand ich halt Irgendwie ganz cool Weil ich gemerkt habe Es ist mal nett Nochmal zu lesen Die andere das zu sehen Einfach weil die Rolle So unklar ist Also das ist halt so Für mich was ganz Spannendes Weil du hast Es gibt manchmal So Jobbeschreibungen Die sind einfach so Eindeutig Du sorgst für Dass das Haus sauber ist Genau So Dann ist ganz klar Okay mein Job ist es Das Haus sauber zu halten Oder mein Job ist es Weiß ich nicht Zu sorgen Dass uns das Geld Nicht ausgeht Wenn du irgendwo Im Financing Bereich Irgendwo arbeitest Oder sonst was Und den Job Den ich gerade mache Das Produkt irgendwas Produktmanager Product Owner Wie auch immer du das Bezeichnen möchtest Das hat einfach Keine klare Abgrenzung Da streiten sich Bis heute irgendwie Gruppen drum Und selbst Bei vielen etablierten Unternehmen ist das Einfach nicht klar Und die kriegen es Nicht hin zu sagen Wie wichtig Welche Bedeutung Hat diese Rolle Im Unternehmen Das heißt Dieser Job an sich Diese Jobbeschreibung Ist nicht klar definiert Hat so ein Identitäts Fragezeichen mit dabei Und deswegen habe ich mir Das Buch geholt Weil da halt nochmal Aus einer anderen Perspektive Beschrieben wird Was eigentlich davon Zu erwarten ist Und so weiter Und die ersten 10 Seiten Da steht so was drin Wie Ja sei dir bewusst Das ist halt Ein übelst anstrengender Job Und du musst mindestens 60 Stunden Ich kenne keinen Der unter 60 Stunden Die Woche das irgendwie Meistern konnte Weil es einfach Kriegt nach Mut ein Buch Für dich Total Also nochmal genau Also zum einen Hör ich quasi Von der einen Person Das Und dann lese ich das Buch Wo halt ein Typ Quasi 20.000 Branchenerfahrungen Bündelt und sagt Das ist halt die Realität Und wenn du es richtig Wach willst Dann kommst du dich Gerade vorbei Und irgendwie Finde ich ganz spannend Die beiden Seiten Aber zu hören Und dann hoffentlich Für mich am Ende Zu sagen zu können Okay für den Moment Ist es halt so und so Und das akzeptiere ich Dann auch für den Moment Und mit allen Vor- und Nachteilen Oder ich sage halt Nee es ist halt Nicht cool Und überleg mir was Oder du sagst Okay cool Ich definiere die Rolle Für mich Und ich definiere die Rolle In meinem Unternehmen In meiner Position neu Was ja auch cool wäre So nach dem Motto Okay ihr sagt vielleicht Es geht nur in 60 Stunden Du sagst Nimm dir mal Pausen Und ich schaffe es da draus Irgendwie so ein Hybrid zu bilden Und sagen okay Weil ich ein cooler Typ bin Also weil ich irgendwie Bestimmte Merkmale habe Die mich ausmachen Ich schaffe es diese Rolle Für mich so zu definieren Dass ich trotzdem Allen Ansprüchen Gerecht werde Meinen eigenen Meiner Familie Und auf der Arbeit Und kommt vielleicht da raus Und die Leute sagen noch Krass Ich habe immer gedacht Das geht nur mit 60 Stunden Du hast irgendwie mit 50 geschafft Und irgendwie mit einer coolen Art Noch dazu Und irgendwie haben wir Trotzdem voll Also eine Erfolgssteigerung Und keine Ahnung Man hat gute Ergebnisse erzielt Einfach weil man ein eigener Typ ist Ja und ich glaube Hängt halt auch ganz stark davon ab Welchen Projektstatus befindest du dich Was sind deine Was haben deine Kollegen für Skills Oder eben halt auch nicht Was ist schon vorhanden Was fehlt noch Was ist kritisch Was muss Also das ist eine rufassende Krassanalyse von allen Komplett Also diese Momente Entscheidungen die man halt dann trifft Die auch längerfristig irgendwie Außen im Sinne von Ich mache einfach gar nichts Ich lege mich auf den Boden Und gucke die Decke an Im Prinzip Weil das auch dem Körper Eine Art Erholung bietet Mal eben so eine Wie so eine Reinigung Katharsis Alter High five Nein ey Du hast nicht gescriptet War das gestern im Film Oder haben wir das Noch anders gehört Das Wort kam jetzt vor zwei Tagen Irgendwo Oder habe ich Ich weiß nicht Ich habe irgendeine Doku gesehen Da war es irgendwie Und dann hat er sich auch im Kopf Und im selben Moment Wo der Sprecher das gesagt hat Oh ja ich mag Den Wort Stimmt Ich habe auf Arter So ein Street-Philosophie-Dingsbums geguckt Das war voll für den Arsch Aber da war so ein Pseudo-Philosoph Der irgendwelche Bücher zitiert Und habe ich mir gedacht Alter Jetzt macht man das Aristotelische Drama oder so Wo man dann sagt Irgendwie es gibt einen Pieck Ja genau Und dann geht es runter Dann kommt die Katharsis Genau Du siehst das Was in dem Schauspiel Irgendwie gezeigt wurde Und das hilft ja dabei Deine eigenen Sorgen Ängste Was auch immer Irgendwie abzulegen Weil du es halt woanders Einfach erlebst Genau Die Wut und so Die wird da ausgelegt Deswegen gehst du nicht auf die Straße Und tötest andere Leute So ungefähr Fußball Ist Fußball eigentlich nur ein Drama Egal Jedenfalls Fuck Wo waren wir gerade Genau Die Radigung Das einfach mal in die Auszeit gönnen Und ich finde es halt total schön Dass es so eine Art Glaubnis dafür ist Weil man ja sonst immer so Jetzt in der heutigen Zeit Du musst was schaffen Du musst vorankommen Und so weiter und so fort Und das sagt eben okay Aber Weil Das kannst du machen Das Spiel ist lang Genau Genau Und gönn dir mal eine Auszeit Weil sonst kackst du ab Wie beim Ausdauerlauf Wie beim Fußball Wenn du in den ersten 10 Minuten Nur rumsprintest Wie bekloppt Und du läufst den Ball hinterher Dann Ist in der zweiten Halbzeit Hast du keine Chance Und das andere Team Macht dich halt platt Das sind wie bei den Bei diesen Juristen Über die wir uns wohl wieder aufregen So nach dem Motto Die Also wo es dann so Beispiele gibt Die dann sagen Okay Ich arbeite jetzt 5 Jahre Mein Leben weg So ungefähr Ich habe keine sozialen Kontakte Ich wohne in der Kanzlei Und so Verdiene massig Cash Und danach mache ich mir Ein schönes Leben Wo man sich denkt Naja Aber vielleicht bist du danach So zerstört Und so am Arsch Dass das schöne Leben Danach kein schönes Leben mehr ist So ne Genau so sollte man Das Leben finde ich Eben nicht sehen Sondern eher so sehen So nach dem Motto Okay Einflusslanger Marathon Und du musst einfach Genau Und eigentlich dreht es sich Immer nur um dich Um deine Leistung Mit der du zufrieden sein musst Weil Wer sind wir Der sagt Okay Du musst auch immer Irgendwas erreichen Du musst in irgendeine Manager Position Du musst in irgendwas kommen Was irgendwas bedeutet Ist doch scheißegal Hauptsache Am Ende des Lebens Bist du quasi zufrieden Mit dem was du geschafft hast Und Das wirst du wahrscheinlich In der Regel nicht sein Wenn du sagst Oh man Damals Hab ich so viel geschafft Und dann Bin ich irgendwie Eingebrochen Dann hatte ich Burn Und dann hatte ich irgendwie Bla 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 Und ab dann war mein Leben Nicht mehr lebenswert Oder so Sondern viel cooler ist auch zu sagen Okay Ich hab vielleicht nicht Irgendwie eine Statue In irgendeinem Park Aber Ich hab ein gutes Leben geführt Die Leute um mich rum waren glücklich Ich war glücklich Ey besser geht's doch nicht Ja und selbst wenn du sagst Ich will unbedingt irgendwie CEO Wir wollen weil eine Statue im Park Das stimmt Ja Selbst wenn du sagst Ich will halt Der Chefler Von Nestle Oder so Oder von daheim Oder keine Ahnung Von einem großen Konzern Da musst du dir einfach bewusst sein Dass du Wahrscheinlich vor einem bestimmten Alter Sowieso nicht rankommst Ja Weil dir fehlt einfach die Erfahrung Und Erfahrung Das unterschätzt Also ich hab jetzt In den letzten anderthalb Jahren Berufstätigkeit gemerkt Wie wertvoll Erfahrung ist Deswegen sind die alten Säcke Leider im Vorteil Oft Selbst wenn die langsamer sind Und nicht so gut tippen können Aber die haben einfach Fucking krassen Erfahrung Schatz Und das spürst du Wie mächtig das manchmal sein kann Und Dort kommst du halt auch nur hin Wenn du diese Sag mal 30 Jahre Karriere Irgendwas mal überlebst Und Also selbst wenn du Das zum Ziel hast Darfst du halt nicht naiv denken In fünf Jahren bin ich dort Weil Das einfach unrealistisch Und unwahrscheinlich ist Und du greifst Wenn du ganz analytisch Kalkül aufstellst Dann merkst du halt auch Okay fuck Ich muss 30 Jahre Gut performen Und gut performen kannst du halt Auch einfach nur Wenn du auf dich selbst achtest Viel schläfst Dich gesund ernährst Sport machst Deinen sozialen Kreis Irgendwie Am Leben hältst Und ich glaube Dieser Trade-off Zu sagen Ich mach fünf Jahre Nix Das denken viele Studenten Die gerade in dieser Phase sind Und sich denken Yay danach mach ich Instagram Travel Lifestyle Ja und meistens kommt es halt Wie du sagst Gar nicht dazu Weil du nach fünf Jahren Einfach so Einfach so komisch In der Selbstwahrnehmung bist Du verlernst Einfach auch Gewisse Dinge Sei es Das Leben zu genießen Mit Freunden Irgendwas Spaß zu haben Auf dich selbst zu achten Und dann musst du das Erstmal wieder beibringen Und ich glaube Das ist halt echt Eine lange Strecke nochmal Ich glaube du verlernst das Das was mir quasi so wichtig ist In der Schule lernen Und zwar nicht irgendwelche Kack-bidemischen Formeln Das ist auch super wichtig Das wichtigste ist ja eigentlich Eher soziale Kontakte Gezwungenermaßen auskommen Mit verschiedenen Menschen Und so weiter Und so haben wir glaube ich Schon mal darüber gesprochen Aber ich glaube In so einer Fünfjährigen Abschottungszeit Kann man das krass Wieder verlernen Und wenn man das verlernt Ist es glaube ich Ganz ganz schwer Das dann in so einem Alter Mit 30 oder so Wieder neu zu lernen Ich glaube es funktioniert nicht Es ist super schwierig Ich meine Wir haben es ja jetzt schon gemerkt Die Phase von Du machst ein Abi Du hast deine 100 Leute Mit denen du dich echt gut verstehst Fast allen Also ich meine Gerade bei uns war das Echt cool Echt eine coole Stufe Dann verteilt sich das Dann verlierst du so viele Freunde So viele Kontakte Und es ist total schwierig Jetzt überhaupt noch So einen ganz engen Kreis Beisammen zu halten Und das verläuft sich auch manchmal Und ich stelle mir vor Du bist fünf Jahre lang Komplett isoliert Nichts Dann verlässt du die Firma Dein einziger sozialer Anknüpfungspunkt Den du noch hattest Und dann versuchst du dir Wieder irgendwie Ein Leben aufzubauen Und wenn du Glück hast Hast du vielleicht noch Eine Partnerin Oder einen Partner Der dir zur Seite steht Mit dem du das gemeinsam machen kannst Du Pech hast Nicht mal diese Person Und Familie ist sowieso Dann ein Fragezeichen Es kommt davon an Wo du herkommst Wenn du Glück hast Hast du eine Familie Die dich dann aufhängt Wenn du Pech hast Nicht mal das Und da in dem Alter Wo alle schon Eine ganz andere Lebensphase sind Vielleicht ihre eigenen Familien Aufbauen Sich ihre Nester bauen Und sich quasi dann So ein bisschen abschotten Auch unterbewusst Weil ich glaube Wenn du irgendwann mal Kinder hast Das ist halt nochmal schwierig Dann frisst das halt Noch mehr mehr Zeit Im positiven Sinne Und dann bist du Diese Person Die irgendwie Versucht in dieser Gesellschaft Anknüpfung zu finden Und die Person Auf die du triffst Die Zeit haben Die dann auch suchen Haben dann auch Gewisse Schicksale Und Also so doof es klingt Aber dann wird es halt Nicht einfacher Und deswegen Ist das echt Ein krasser Trade-off Und ich glaube Diese Seite Diese Frage Was passiert danach Wie sind die konkreten Schritte Nachdem ich Ultra viel Geld verdient habe Fünf Jahre lang Und dann Und ich glaube Den Part Denkt keiner So konsequent Bis zum Ende Mal durch Weil ich glaube Dann würden viele auch Sagen Ich glaube Das lohnt sich Doch nicht so sehr Ich hätte das ja Nur mitbekommen Also der Schweiz Denkt man das besonders Ich hatte das ja auch Der Arbeit In der Uni Auch mitbekommen Da hatte ich ja auch So Arbeitskollegen Die waren dann Irgendwie so 30, 35, 40 Oder so Und haben ihr ganzes Leben In die Arbeit In der Uni quasi gesteckt Und so Und klar Wir hatten ja soziale Kontakte Und das ist auch alles Soweit in Ordnung Aber die Forschung Hat die schon krass Vereinnahmt Und da haben wir Oft über Tinder Und so gesprochen Das war ganz spannend Und dann war es nämlich auch so Alter Was mir da erzählt wurde Was die so für Leute getroffen haben Wo ich dachte Okay Das sind einfach alle Die mit 40 Quasi noch Single sind Und dann suchen Und so Du hast halt dann echt Eine ganz andere Quote Als sage ich mal Mit unseren süßen 18 jetzt Wo du weißt Okay Irgendwie sind alle gerade am Anfang Alle suchen Alles ist so Sondern du bist dann Wie gerade gesagt hast Du bist dann eher In dieser Alle wohnen in der Vorstadt Mit ihren Kindern Auf der Straße spielen Und so Und du bist der creepy Typ Der dann so mit einer Rose kommt Und sagt Möchtest du nochmal Möchtest du mit mir Und dann sagt also Nein Ich hatte schon zwei Ex-Freunde Die so aussahen wie du Ich hasse dich Nein Irgendwie Also du hast Die haben schon ganz andere Schicksale Und Erfahrungen Gesammelt Wie du gesagt hast Was es so viel schwerer macht Vielleicht auch interessanter Also ich kann noch Ich glaube nicht Dass es komplett scheiße ist Ich glaube Du kannst halt Aber du musst das dann Du musst einfach wissen Dass es nicht mehr so sein wird Wie zu einer Uni-Zeit Wo irgendwie die Welt noch bunt war Und alles geht Und es ist super Alle sind total offen Und das kriegst du halt Nicht mehr zurück Außer du bist der creepy Dude Der dann wieder Uni-Mädels-Trägen Aber das will keiner von uns Das will keiner sein Genau Man muss sich glaube ich So bewusst sein Ich glaube viele Treffen diese Entscheidung Aus dem Jetzt Und sagen so In fünf Jahren Bin ich an dem Zeitpunkt Wie jetzt Nur mit viel Cash Und irgendwie Prestige In meinem Job Aber nein Du bist dann fünf Jahre später Mit viel Cash Und vielleicht Prestige Ja und der Kontext Ist ein ganz anderer Exakt Das ist halt so dieses Ja ich übertrage einfach Mich selbst in die Zukunft Und ich nehme einfach Den aktuellen Kontext mit Nein Das ist halt Ja Außer keine Zeitmaschine Du kommst nicht wieder zurück Zu diesen folgen fünf Jahren Ich meine es kann trotzdem lustig sein Absolut Dann gehst du halt auf Ü30 Partys Und kannst ein richtig geiles Leben haben Ich meine ich glaube Für das heutige Heute mit 30, 40 Bist du immer noch Total jung und vital Je nachdem Außer du rauchst und trinkst Wie so ein Beklopter Und dann ja gut Aber ich glaube so Man kann sich das Trotzdem schön machen Aber man muss sich halt Einfach bewusst sein Es ist dann wirklich dasselbe Exakt genau Das ist glaube ich Die wichtige Stimme Das klang jetzt alles so Als wäre das Leben mit 30 vorbei Aber Ich hoffe nicht Ne wie du es gerade Richtig gebogen hast Nochmal Das ist glaube ich Echt darum geht Okay das ist einfach Ein anderer Abschnitt Und darüber muss man sich bewusst sein So Dass viele alle anderen Punkte sind Es gibt ja auch viele Die mit 40 Dann irgendwie noch so ein bisschen sind Wie sage ich mal Mit süß und 25 Und das auch cool ist Und nicht irgendwie creepy ist Sage ich mal Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung Ja und ich sehe es halt auch In meinem Umfeld Also Leute mit 30, 40 Also gerade mit Anfang 40 Die starten nochmal Richtig krasse Projekte Weil Die Zeit bis Bis quasi Ende Ist halt noch unendlich lang Wenn man überlegst Oh unendlich Anklopfen zum letzten Podcast Ja Ja Die werden halt niemals sterben Das ist einfach Fakt Doch nochmal 40 Jahre Ist halt auch nochmal Eine echt lange Zeit Und die Frage ist Was mache ich Wenn ich 40 bin Mit meinen restlichen 40 Jahren Auch nochmal super geil bunt Wenn man überlegst Das war erst Halbzeit Ja Das ist so geil Also es ist so viel Zeit Das ist so viel zu machen Das ist einfach Die Vorstellung ist so cool Und deswegen auch noch Mal so wichtiger Wenn man sich jetzt In der frühen Phase Verbrennt Oder kaputt macht Dann ist der Rest Nicht mehr so geil Und ich will einfach nicht Irgendwie In so einer Einzimmerbude Sitzen Und vor mich hin Vegetieren Weil ich einfach kaputt bin Sei es sämisch Körperlich Oder beides Meistens Ja beides Ich finde diese Vorstellung Auch so frisch und nett Irgendwie Nicht dieses Okay mit 40 Ist das Leben eh vorbei Und ich hab Angst Vor meinem Geburtstag Sondern eher mal so zu denken Okay Krass man Dann ist erst Halbzeit Und irgendwie reden immer alle so Als wäre dann alles vorbei Aber eigentlich Ist es voll geil Und ich freue mich schon Irgendwie so ein bisschen Auf dieses Rentenalter So mit 67 63 Was ist es 67 Wahrscheinlich bei uns Mit 75 Wahrscheinlich mit 75 Aber dann sind wir ja Krasses Skater Opas Und was du dann auch mal Vielleicht für 10 Oder 15 Geile Jahre Natürlich haben kannst Wenn du fit bist Das Wichtige ist halt Dass du gesund bleibst Aber dann Was du für geile Sachen Natürlich noch machen kannst Und so Ich sehe das ja jetzt Irgendwie Ja Das ist irgendwie Cool Für mich Und Wenn man sich dann Mal so ein bisschen Auch mit Leuten Fält in dem Alter Die gehen halt trotzdem Noch Bergsteigen Klar 40 ist auch kein Alter Aber die machen halt Trotzdem Sachen Gehen irgendwie Extrem klettern Und so teilweise Fitter als wir jetzt Ja Ohne Scheiß Es gibt Leute Die sind echt Das 10-fache Fitter irgendwie Und Und wir sind schon Weil dann fit Wir sind ultra fit Ultra fit Nein Aber Das finde ich halt Immer ganz geil Also wenn man sich Blick nimmt Also wenn ich Wenn ich jemand Von 15 gefragt hätte Wie ist man 40 So hätte ich gesagt Na ja halb tot Mit einem Bein im Grab Irgendwie schon Jetzt blicke ich da Ganz anders drauf Und ich glaube Wenn wir selbst 40 sind Dann denke ich Ey geil So fit und dynamisch War ich noch nie Und dann noch mit diesem Erfahrungsschatz Und irgendwie Ja Es kann nur geil Mit noch mehr Säulen Die quasi alles stabiler machen Und so Und du kannst sagen Okay ich kriege das Jetzt alles gemanagt Weil ich einfach Nicht alles schon erlebt habe Aber sehr viel schon erlebt habe Was soll mich schocken Und so Jetzt diese Wohlungssuche Sache Die machst du jetzt einmal So intensiv durch Danach weißt du wie der Hase läuft Jetzt weißt du ja schon eher Wie es besser läuft Und so Ja und ich freue mich auch Darauf einfach zu sehen Wie es in 10 Jahren läuft Mit dir ist nochmal komplett anders Wir haben ja vorhin drüber gesprochen Der Markt ist komplett intransparent Manchmal hat man voll Glück Und findet sie die geilsten Buden Für einen echten Apfel und Ei Vielleicht gibt es sowas einfach In 10 Jahren nicht mehr Und das ist einfach komplett alles Social Facebook Manager Social 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 Und du wirst eingeschrieben Wir haben deine Mono gefunden Bitte zieh ein Okay Facebook Gott Mach alles was du sagst Keine Ahnung Aber das wird auch spannend Und Du meinst weh mal Punkt Gott Aber Oh das ist auch immer Spannende Entweder Entweder ein Snippet Oder eine ganze Ich weiß schon Ich habe ja die ganze Folge Diese ganze Social Score China Hey ganz ehrlich Ich überlege so krass Ob wir nicht einfach Tencent und Alibaba Aktien kaufen Ja Was ist das zweite Das erste Tencent ist WeChat Ah ok Und die ganzen Games Damit haben die letztes Quartal Ultra viel Geld gemacht Welche so Ja als Beispiel Dieses neue Fortnite Wie das heißt Das ist von denen Das ist von Tencent Haben die ja super viel Geld verdient Aber was ich halt viel spannender finde Ist halt WeChat Als Meta App Irgendwie Ja Keine Ahnung Das haben wir bisher nie so Im Fokus gehabt Glaube ich Aber könnten wir mal Ja lass jetzt doch mal quatschen Ja Oder Sollen wir einsteigen Ja ich weiß nicht Das war jetzt Irgendwie hast du das Gefühl Das war jetzt dieses Thema Was ich aufgemacht habe Ich weiß nicht Was dir auf dem Herzen liegt Nein Ich finde das cool Ich finde das voll spannend Da können wir ein bisschen Über Black Mirror Über alles mögliche Können wir reinfließen lassen In das Ganze Vielleicht ist es wieder düster Wir bräuchten jetzt So einen Übergang So eine düstere Musik Vielleicht bauen wir hier gleich Ein Jingle ein Wir wollten immer schon Mit den Jingles rum Wir wollten aber auch nie Irgendwie groß kappen Weil das halt so viel Zeit kostet Irgendwie Ja das stimmt Ah wir haben eine gute Eine Überleitung Playlist Wir machen jetzt Lieder auf die Playlist Wir haben so eine kleine Pause Und dann gehen wir in WeChat Doch denk kurz nach Ich versuche Ich fange an zu reden Während ich überlege Was ich auf die Playlist packe Und dann kannst du schon besser gucken Such schnell dein Handy Hol dein Handy Wir haben uns übrigens Kurzer Kurzer Pausendisclaimer Ich hoffe ihr habt bis gerade sehr viel Spaß Uns hat es bis jetzt sehr viel Spaß gemacht Dieses Gespräch war Fand ich Sehr schön Wir haben uns um Sticker Wir haben mal nach Stickern geguckt Vielleicht gibt es bald Sticker Für uns zumindest Das könnte ganz gut werden Und jetzt geht es um die Playlist Wir haben gerade gesprochen Über Ich hab's Ich hab's Von Little Ashes Und Robot Koch Alles klar Kannst du ein bisschen beschreiben Keine Ahnung Ich kann es mal so anteasern Kriegen wir ein rechter Problem Ja ich hab schon Anteasern Ich hab's nicht in der 10 Sekunden Regel Aber du kannst Ich kann es nicht beschreiben Okay alles klar Das ist einfach cool Okay und von mir Wird es von Frattoni Benjamin Button Wo es darum geht Dass man quasi Überjünger wird Genau Bei mir ist es ein bisschen anders Ich bin Benjamin Button Was geht ab Ich werde cooler Ja Cool Sauber Ja mit dem Part 8 Boah das ist immer die größte Angst Scheiße Dass mir nichts einfällt Nichts gescheites Und so ein Playlist Übrigens kunterbunt gemischt Ja mega krass Aber ich find's cool Also so lange lohnt sich es auch Sie zu hören Weil vorhin war es halt Überall zwei Lieder Und jetzt sind's glaube ich Schon so 12 13 Oder so Wenn wir am Ende Noch mal zwei drauf zacken Ja vielleicht musst du dich Auch nochmal trennen Oder halt irgendwie Also vielleicht kann man Den Modus Für so eine Monatsplaylist haben Und dann einfach wieder Komplett löschen Und dann halt Ich finde Playlists Ist auch geil Weil sie nicht ultra viele Lieder haben Ich hab meine Homeplaylist Hat viele Lieder Deswegen Ich find's halt ganz geil Einfach anzumachen Und dann mit Shuffle Quasi durchzuskippen Bis ein Lied kommt Was geil ist Aber Geht natürlich auch Wir können ja auch Wimmer.snippet Und Wimmer.quatschen Und dann haben wir verschiedene Kurze Playlists Ich find's halt diese Die Apple Music Spotify Diese generierten Playlists Sind immer so ganz geil Dann hast du halt Eine Woche 20 Lieder Die hörst du durch Die dir gefallen Nimmst du halt mit Und deine Deine separaten Playlists Da wird sie dir gelöscht Aber ich glaub Den Modus Da müssen wir auch Echt relativ viele Podcasts machen Oder halt pro Podcast Relativ viele Lieder reinnehmen Aber ich glaub Da hätte ich auch Gar nicht so viel Futter Wenn wir es so schaffen Dass wir wirklich Jede Woche Ein Podcast machen Und vielleicht Ein, zwei Snippets In einem Monat Sag ich mal Da haben wir pro Monat So vier Podcasts Und so zwei Snippets Ungefähr Hätten wir dann Ungefähr so 20 Lieder Ich hab jetzt nicht gerechnet Aber ich vermute Aber 20 Lieder Und dann könnten wir sagen Okay jeden Monat Machen wir dann Einen Cut Sagen okay Wir können ja auch Die Playlists lassen Wir können sagen Das will mal Punkt 1 Will mal Punkt 2 Dann haben wir quasi Die Playlists Und dann kann man quasi Haben wir immer Eine aktuelle Playlist Aber man kann Wenn man möchte Theoretisch auch In die alten gehen Theoretisch könnte man Auch dann noch eine Gesamt machen Das könnte man ja schauen Kann man mal gucken Was uns am besten gefällt Aber ich mag Dieses aktuelle Diese Aktualitätsgedanken Von dir auch Oder man könnte tatsächlich Nach Genres dann noch So viel Das können wir auch machen Aber das können wir Den Leuten überlassen Dass die halt gucken Welche Lieder haben sie Bock Und gucken halt danach Schauen wir mal Wie das Ding jetzt wächst Vielleicht machen wir In zwei Wochen Auch gar nichts Wird das nicht Wird mal Punkt Over Wird mal Punkt Problem Wie kennst du den neuen Den Joke of Nine Gag Das ist immer so ein Not hinten dran Mit N Apostel auf T So statt irgendwie Dad schreibst du Leifend Ja Willmant 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 Dann brauchst du aber Einen anderen Podcast Partner Das passt Also gut Die Strohkunde ist Gigantisch Wollen wir Einsteigen Über Black Mirror Oder wollen wir Über das WeChat Einschreiben Ich finde das eine Gehe dem anderen einher Ich kann ja mal kurz Diese eine Black Mirror Folge Können wir zusammen Ein bisschen zusammenfassen Gerade Es gibt Spoiler Alarm Also es gibt eine coole Serie Bei Netflix Die heißt Black Mirror Und da geht es darum Dass immer Irgendwelche Zukunftsszenarien Gesponnen werden Aber die gar nicht so weit In die Zukunft sind Genau Es wird quasi so ein Faktor ergänzt Der halt schon ziemlich Fancy Sag ich mal so ein bisschen ist Aber das ist eigentlich Relativ normal Zum Beispiel Gibt es so eine Kontaktlinse Die alles aufzeichnet Was du quasi siehst Und dann wird Haltst du daraus Gesponnen So nach dem Motto Dass auch Bewerbungsgesprächen Werden dann auf einmal Diese Daten ausgelesen Und die Leute können Genau verfolgen Was du letzten Monat Gemacht hast Das heißt Die können genau einordnen Wollen die dich einstellen Und so weiter Und so fort Und dann gibt es auch Eifersucht Dass die Freundin Dann irgendwie Fremdgegangen ist Er will das ausgelesen haben Er will wissen Was hast du gemacht Und dann Er zeigt mir das Was du gesehen hast Also du warst dann auch Mal verproben Wo man denkt Okay das klingt erstmal Ganz geil So dieses typische Wir können für mehr Sicherheit sorgen Und darüber blenden wir aus Was wir für eine Kontrolle abgeben Und so Und dann gibt es quasi auch eine Reicht das erstmal Von dem? Ja Und dann gibt es halt eine Folge Wo es Wo sich quasi Instagram In einer gewissen Form Vorgeknüpft wird Oder ein bisschen Diese ganzen Social Media Sachen Wo man halt Likes generiert Und Sternchen verteilen kann Und so weiter Und Willst du weiter machen? Achso Und ja Ich wollte nur Nee alles gut Das endet halt damit Dass du Als Mensch halt irgendwie Den ganzen Tag Irgendwie nur versuchst Möglichst positive Bewertungen Von deinen Mitmenschen zu bekommen Und das endet halt daran Dass die Leute super freundlich Aufgesetzt freundlich sind Vorm Spiegel üben Wie Reaktionen irgendwie Ankommen Und dann halt so Total viel Mimik Und Gestik Training quasi machen Um dann möglichst In jeder Lebenslage Sei es beim Kaffee kaufen Sei es mit den Kollegen Möglichst irgendwie Perfekt rüber zu kommen Dass auch in jeder Also jede Interaktion Mit einem Menschen Irgendwie positiv bewertet wird Und das ist tatsächlich so Dass die Leute dann hingehen Einen Kaffee bestellen Und dann sich gegenseitig Und dann sich gegenseitig halt Die Sterne zu werfen So von Amazon Nächste von 1 bis 5 Sterne 5 Sterne ist super Und je nachdem Wie viele Sterne du im Durchschnitt hast So wie deine Gesamtbewertung ist Als Mensch Hast du halt auch Zugriff Auf gewisse Produkte und Dienstleistungen In deinem Umfeld Sei es bei der Wohnungssuche Kriegst du halt Bestimmte Wohnungen nur Wenn du mindestens 4 Sterne hast Du kannst einen Mietwagen Nur haben Wenn du mindestens 4,5 oder 5 Sterne hast Oder Du darfst halt nur Die alten Mietwagen nehmen Wenn dein Score halt schlechter ist Und so prägt sich halt Dein ganzes Leben Und das einzige Ist sozusagen Dein Belohnungsmechanismus Im Leben Ist nicht mehr Geld Sondern tatsächlich Dein sozialer Score Den du durch deine Mitmenschen Habe irgendwie bekommst Genau Und dann werden sich Auf Freundeskreise ausgesucht Danach So dann im Motto Ich will mich nur mit Leuten abgeben Die viele Sterne haben Damit die Leute mich auch Mit vielen Sternen bewerten Und so weiter Und so fort Das heißt Es ist quasi Ein ganzes soziales Gesellschaftssystem Darauf ausgelegt Sich gegenseitig zu kontrollieren Und zu raten Im Prinzip Alles was du machst Wird geratet Und dadurch Entsteht so eine Art Regulation Durch Die einzelnen Menschen Das heißt Du brauchst im Prinzip Brauchst du keine Polizei mehr Weil wenn du jetzt Sag ich mal irgendwo einbrichst Und die Leute finden raus Wer das ist Dann würdest du 20 negativ Bewertungen Bekommen oder so Und dann weißt du Okay Dein Leben ist eigentlich Auch nicht mehr lebenswert Du bist eigentlich im Sack Und deswegen Musst du dich benehmen Das heißt Eigentlich ist es ganz smart Als Regierung Sag ich mal So ein selbstregulierendes System Geschaffen zu haben Und genau das Ist gerade so ein bisschen Ja im Gange In China Ja Ich mag aber Nicht in China sagen Das heißt China Ja China Ja und das Ding ist halt Man kann es ein bisschen Mit dem Schufa-Score vergleichen Finde ich Also du hast halt Irgendwie eine Institution In dem Fall ist es halt Tencent oder WeChat Diese App Die für dich halt Dann einen Wert berechnet Zu deinem sozialen Score Ich glaube der geht irgendwie Bis 1000 hoch Oder irgendwie bis Ich weiß es nicht genau In dem Fall ist es Irgendwie ein Wert Und das ist halt ähnlich Dass du Wenn du bestimmte Punktzahl Erreichst Dann hat das halt Eine gewisse Aussagekraft Über deine Polität primär Also wie Wie zahlungskräftig bin ich Wie zuverlässig bin ich Und solche Themen Aber das ist halt so die Basis Und man muss sich halt Immer die Frage stellen Was für Informationen Fließen in diesen Wert Mit ein Und wenn man WeChat nicht kennt WeChat ist sowas wie WhatsApp Facebook Amazon Und Tinder Und alle Apps Die man so kennt In einer Das heißt so eine Ultra App Fast schon wie Ein Betriebssystem In einem Betriebssystem Wo du wirklich alles Mit machen kannst Also du chattest Du kannst Flüge buchen Du kannst deine Bankgeschäfte Komplett dort abwickeln Du kannst einkaufen Du kannst einen Arzttermin machen Du kannst Dating Ja Situationen kreieren Also wirklich alles In dieser einen App Das heißt die App Hat extrem viel Informationen Über jede Person Die diese App halt nutzt Also von Zahlungsdaten Was halt die Banken Bei uns hatten Sowas wie Schufa Und Bank zusammen Haben die Die haben sowas wie Facebook halt letztendlich Ist halt auch mit integriert Weil die ganze Soziale Interaktion Machst du halt da Bilder Schickst dir Gips Machst dir Videos Also Instagram Letztendlich auch Ist dort auch mit abgebildet Das heißt dieser ganze Faktor Die kennen deinen Freundeskreis Die kennen deine Bankgeschäfte Das habe ich gerade schon gesagt Und die kennen deinen Deinen Was du kaufst Dein Konsumverhalten Durch das was du einkaufst Auch deine Versicherung Deine Finanzierung Also alles was du dein Leben Oder dich selbst So ein bisschen ausmacht Also nicht als Person Aber das tu mal rum quasi Also Wie bin ich abgesichert Wo wie viel Geld fließt Welchen Leuten gebe ich mich ab Wer ist mein Arbeitgeber Und das wissen die halt alles Über dich Streng genommen Und ja Chatverläufe Also das heißt vielleicht doch sogar Das was dich ausmacht Genau Also ne Wie viele Partner hast du Wie frequentiert bist du halt Mit anderen Leuten irgendwie In der Kiste Oder halt eben auch nicht Auch das wissen die Und Grundsätzlich ist das erstmal Gar nicht zu bewerten Aber wenn du dann hingehst Und auf Basis dieser Information Und das ist halt nicht ganz klar Für mich Welche Informationen dort Alles einfließen Eine Kennzahl berechnest Die dann quasi Andere Leute nutzen können Um dich dann einzustufen Dann ist das extrem Interessant erstmal Weil die Frage ist Wie entwickelt sich daraus Die Gesellschaft drumherum Und ich glaube mittlerweile Ist es tatsächlich ähnlich Wie in der Black Mirror Folge Dass du hingehst Und sagst Ich will einen Kredit haben Und dann wird als ein Wert Auch dieser WeChat Score Theoretisch genommen Und wenn der halt Extrem schlecht ist Weil Ein ganzer Freundeskreis Ein schlechter Score hat Weil die ganzen Buddies Deine Familie Mit denen du ein Kontaktbuch hast Stell dir vor Die haben alle Einen relativ geringen Wert Weil die alle auf dem Land wohnen Und keine Kredite bekommen haben Weil die kein Einkommen haben Was auch immer Das ist das Beispiel Das ist ein Negativbeispiel Dann kann das sein Dass das deinen Wert Mit runterzieht Und was ist die Konsequenz Löscht du die Kontakte Oder lässt du sie da Genau Um halt an deinem Kredit zu bekommen Für deine Traumwohnung In der Innenstadt Weil du halt Ein erfolgreicher Mensch bist Der irgendwie gerade Noch weiter irgendwie Sich entwickeln möchte Und gerne in Schönen Senn wohnt Oder was auch immer Also die Frage ist Was hat das für Konsequenzen Ich glaube das kann keiner abschätzen Das kann halt in alle Richtungen laufen Kann es das Kann es nicht eigentlich Nur in eine negative Richtung laufen Also theoretisch Klar ist es wahrscheinlich Dass es dann irgendwie Echt Anhand dieses Scores Irgendwie zu Diskriminierungen kommt Auf der anderen Seite Macht es irgendwie Eine gewisse Transparenz Greifbar Die du vorher nicht hattest Und kann auch sein Dass die Leute Gegenrebellieren Dass irgendwie alle Das könnte Zu dem Szenario Die Leute nutzen Alle WeChat nicht mehr Aber es ist unwahrscheinlich Weil es einfach so bequem Dass du mittlerweile Ein komplettes Leben Eingenommen hast Genau Das ist ja das Ding Das ist so wie damals Also nur ganz kurz Erst installieren alle WhatsApp auf ihrem Handy Und dann kostet es einen Euro Dann müssen alle den Euro zahlen Natürlich werden alle zahlen Weil Leute abhängig geworden sind Davon im Prinzip Und genauso bindest du deine Leute So nach dem Motto Ja du möchtest den Flug buchen Hm den kriegst du aber 20% günstiger Wenn du sie über die WeChat App buchst Also zack Buchen da rüber Und schon wieder ist dann Dieser Datenstrom quasi Wieder gesichert gestellt Und dadurch machst du die Leute abhängig Und dadurch erzeugst du aber Dann eben auch diesen Druck Also ich finde Wenn das alles sich nur Um diese Zahlungsverhalten Und was kaufe ich Und so drehen würde Dann würde ich noch sagen Okay Dann ist es ein bisschen wie Amazon Die dir auch irgendwie Auf dich zugestimmten Werbungssachen zuschneiden Ist auch schon ein bisschen bedenklich Aber finde ich noch Irgendwie im Rahmen mittlerweile Leider Aber es ist irgendwie so Und ich sag mal so Perfekt personalisierte Werbung Ist ja eigentlich auch cool Wenn das dir quasi das vorschreibt Was du wirklich brauchst Ist ja nice So sehe ich das Können wir auch mal Wann uns übersprechen Aber Was problematisch ist Finde ich immer Dieser soziale Faktor Wenn dann so wirklich Dann so ein mit einbezogen wird Hm du kennst aber den und den Hm das ist aber nicht so cool Das ist ein bisschen wie in der Schule So Mobbing Warum hängst du denn mit dem Uncoolen Typen ab Das bist du auch uncool Und denkst du so Hä aber darüber sollten wir Doch drüber weg sein Und vor allem passiert es Nicht mehr auf der persönlichen Ebene Sondern auf der digitalen Ebene Du kannst dich nicht rechtfertigen Sondern es wird einfach irgendwas Undurchsichtig wie du sagst Berechnet Und du hast keinen Einfluss Da drauf Du kannst dich einfach mal sagen Okay Ich ändere jetzt diesen einen Faktor Und sage okay Ich werde jetzt alle meine Rechnungen bezahlen Ist dieser Score gut Nein Sondern irgendwelche Sachen Können passieren Und auf einmal bist du im Arsch Wenn es so der Stadtortfaktor ist Wenn du sagst Du wohnst an irgendeiner Ecke Weil du da geboren wurdest Und deswegen hast du verkackt So Und dann bist du Finde ich Was erstes was mir dann einfällt Ist Kastensystem Indien Und denkst so okay Du bist eingeordnet Was ich so interessant finde Ist Du hast es gerade Das Beispiel genannt Mobbing in der Schule Warum hängst du mit dem ab Das heißt Die Information Dass eine Person Uncool ist Oder warum auch immer Nicht gemocht wird Die ist in dem Kreis schon da Und dann wird Auf Basis dieser Information Irgendwie eine Person ausgeschlossen Oder andere Leute werden ausgeschlossen Weil sie mit der Person Irgendwie in Kontakt stehen Also ein Verhalten Was auch ohne WeChat Schon da war Und leider da ist Wo man sagen Menschen sind behindert Dass wir so einen Scheiß machen Ja So eine echte Vollidioten irgendwo Aber so sind wir halt Wir urteilen Nach Stereotypen Auf Basis von Ja Wir machen es das Leben Irgendwo einfach Wir sehen Dinge Und erkennen Muster Und verknüpfen die Und sagen Okay Das ist halt so Wie ein Schubladen Wie ein Schubladen Komplett Und das was du beschrieben hast Dieses Oh da kommt jemand Aus Köln Ein Bilderstöckchen Wo ich gelernt habe Dass das nicht so schön ist Obwohl der Name echt schön ist Und der Name ist schön Dann ist es dann zu sagen Oh das ist bestimmt ein komischer Kerl Weil wer wohnt denn schon da Also auch was Wollen wir heute schon tun Ohne diese Technologie Nur das Schlimme ist Oder das Gruselige ist Uns wird halt der Spiegel vorgehalten Irgendwo Weil wir merken Fuck Das ist genau dasselbe Verhalten Das wir eigentlich am Tag legen Nur jetzt In einem viel größeren Umfang Das heißt Das was wir eigentlich nicht können Ist jede Person Die wir kennen Also alle Informationen Und die Personen im Kopf halten Und schön sortieren Kriegen wir kognitiv nicht gebacken Dafür sind wir einfach Nicht gut genug Da haben wir nicht genug Rechenleistung in der Birne Die App kann das wiederum Das heißt Das was die App macht Ist das was wir eigentlich auch Insgeheim versuchen ständig Tag für Tag Nur halt Jetzt kann es Jetzt passiert es halt Das heißt eigentlich Ändert sie uns Menschen nicht Sondern bildet uns eigentlich nur ab Auf einer Ebene Wo wir selber plötzlich merken Das ist eigentlich gar nicht so geil Aber insgeheim sind wir halt Leider selbst so Schon immer gewesen Sondern wird es auch weiterhin sein Und jetzt gruseln wir uns eigentlich Vor uns selbst Finde ich Zu gewissen Grad Auf jeden Fall Würde ich dir voll zustimmen Und ich finde Man merkt dabei Dass Vergessen vielleicht Auch eine Gabe ist Also etwas Positives So wie chillen Einfach mal Und den Rahmen zu schließen Sodass man sagt Vielleicht ist es gut Dass wir vergessen Dass ich jetzt nicht Alle negativen Einflüsse Die ich mit einer Person verbinde Immer in meinem Kopf habe Sondern dass ich sagen kann Ich mag die Person Ich finde die total cool Weil die letzten zwei Wochen Mit der Zeit Mit der war voll schön Wenn immer in meinem Kopf Jemand hämmern würde Und sagen Aber die Person ist scheiße 1665 hast du doch damals Aber Genau Dann wird es ja völlig irre werden Und wie willst du denn dann auch Menschen mögen können Wenn du immer wieder Diese Sachen im Kopf hast Und wir können halt verdrängen Wir können vergessen Und das kann WeChat nicht Und das Könnte es werden All dieser Score Nimmt halt irgendwie Das letzte Quartal Deines Seins Auf der Bar Es wird kalkuliert Und das ist Ehrlich Das wird wahrscheinlich Nicht passieren Weil Also ich meine Das wäre eine Möglichkeit Ja das stimmt Das zu sagen Okay das System Hat halt Vorteile Manche In mancher Hinsicht Weil wenn ich jetzt So ein Vermieter wäre In der Großstadt In China Dann ist es für mich Einfacher Den Filterprozess zu machen Absolut Guck die Scores an Und der mit dem besten Score Kriegt halt die Bode Ich finde halt irgendwie Man könnte halt sagen Okay es ist grundsätzlich Gar nicht verkehrt Die Technologie Aber wir wollen sie Humaner gestalten Und human bedeutet halt Irgendwo mal auch zu vergessen Und Leuten halt auch mal Ihre Last irgendwie Abzunehmen Und zu sagen Okay du hast halt Scheiße gebaut Aber scheiß drauf Du hast daraus gelernt Du bist jetzt reifer geworden Du hast dich entwickelt Und das wollen wir auch Mit reinzählen Das heißt Also dieses was wir Menschen eigentlich auch machen Wahrscheinlich weil Unsere Fähigkeiten Einfach nicht da sind Aber uns Trotzdem irgendwie Menschen macht Weil wir auch vergeben können Das halt in dieses Programm reinzukriegen Halt diesen humanen Faktor Des Vergebens und Vergessens Wenn wir das da reinkriegen Wird es vielleicht wiederum Bisschen erträglicher Das habe ich nie drüber nachgedacht Das finde ich voll smart Die Idee hatte ich vorher auch noch Und das kam jetzt quasi In dem Gespräch Aber das finde ich Eine Chance halt zu sagen Das muss halt nicht In dieses Black Mirror Ding laufen Wo es komplett verkorkst ist Sondern man könnte jetzt hingehen Als Produktmensch Als Ingenieur Als Designer In diesem Unternehmen Könnte sagen Okay Bevor wir irgendwas erschaffen Worüber wir am Ende Denn unglücklich sind Lass uns mal drüber nachdenken Wie können wir das System Was wir grundsätzlich Nicht für falsch halten Aber so anpassen Dass es am Ende Uns allen hilft Und nicht nur uns allen irgendwie Also einer Klasse von Menschen Schadet Und der anderen wiederum Nur hilft Und das halt wieder ein bisschen Zu demokratisieren Und zu sagen Wir bringen da irgendwas rein Was es halt irgendwie Für alle Seiten Cool macht Und nicht nur für die eine Ja Weil wir sind uns ja auch einig Dass das menschliche System Also das Gesellschaftssystem In dem wir gerade so ein bisschen leben Ist ja auch nicht nur positiv Und deswegen wäre es ja auch vermissen Zu sagen Okay Dieses WeChat System Ist nur positiv Oder nur negativ Und wenn man da Diesen humaneren Gedanken Mehr reinbekommt Vielleicht kann man es ja sogar schaffen Hypothetisch Durch dieses WeChat Ein humaneres Also ein Also jetzt nicht human im Sinne Von menschlich Sondern human im Sinne Von positiv Fair Menschlich Fair Gleich behandelt Genau Dass man so ein System Also dass man doch Also dass man quasi Ein faireres System Als das menschlich geschaffene Gesellschaftssystem Jetzt erzeugen kann Dadurch Dass eben Daten Ausgewertet werden Und man selber Immer jeden Tag Die Chance hat Das quasi zu verbessern Und nicht einfach Von irgendwelchen Vorurteilen Weil ich Tattoos Und ein Piercing habe Oder so Habe ich jetzt nicht Doch Tattoo hast Aber nicht ein bisschen Weil man so aussieht vielleicht Weil du irgendwie Den Job nicht bekommst Sondern weil du einfach Du hast einen guten Score Weil du gibst dir Mühe Du bist guter Arbeitnehmer Du hast gute Zeugnisse bekommen Und deswegen kriegst du auch diesen Job Und nicht weil Als irgendein alten Sack Dein Gesicht nicht gefällt Das finde ich ganz cool Aber ich finde halt Die Last zu tragen Zu entscheiden Wie das Produkt zu sein hat Und dieses System zu sein Ist halt gigantisch Und muss sich halt Der Reichweite Dieser Entscheidung Bewusst sein Und ich finde es halt Aber jetzt Wir haben ja Ein bisschen mehr drauf gekommen Die Frage war Sollen wir die nicht In unser Portfolio legen Die Unternehmen Ich finde es halt spannend Weil die haben sich In so eine Situation gebracht Wo sie A Sehr viel jetzt Gutes Oder Schlechtes tun können Das liegt im Auge des Betrachters Aber nichts ist es Trotz egal Wie ihr sich jetzt weiterentwickelt Die Wahrscheinlichkeit Dass die Leute plötzlich sagen Ich finde alle WeChat Und Alibaba so doof Weil es ist einfach Zu groß und zu bequem Und mein Leben ist Dadurch irgendwie in Gefahr Halt ich eher für unrealistisch Und ich glaube auch Dass da halt Irgendein Potenzial drin steckt Man kann es halt Es kann leider Ins eine oder ins andere Rausschlagen Auf jeden Fall Wird es irgendwie Ich glaube die Massen bewegen Und auch viele Viel mitbewegen damit Also ich glaube Da werden viele Transaktionen Weiterhin laufen Das wird sich auch weiterentwickeln Ich glaube die App wird reifer Besser, größer Und von daher finde ich Ich glaube es ist eine spannende Investition Und ich glaube drumherum Passieren ja auch ganz viele Dinge Also Tencent und Alibaba Die investieren halt auch Ganz stark in neue Technologien Und sowas wie Unser urbanes Leben Fahrradverleih Car-Sharing Also das ganze Thema Transport Da haben die auch ihre Finger mit drin Das ganze Thema Robotics Was noch kommt Das sind halt so Unternehmen Die wir eigentlich aus den USA kennen Und wir selber gesagt haben Eigentlich total geil Wie Google und Co Irgendwie auch Für die Menschheit Dinge tun Jedenfalls nach außen hin Weiß es nie Und das ist halt Das Pendant in China Und ich glaube halt Das darf man unterschätzen Wie groß einfach Dieser Kontinent Oder Also ich bezeichne es mal Als Kontinent Weil es einfach gigantisch ist Anhand der Menschen Einfach gemessen Das ist einfach das Drei- oder vierfache Von dem was wir in Europa haben Und ich glaube Allein das ist irgendwie schon spannend Und wenn man halt auch jetzt Aus dem Blickwinkel drauf schaut Wie können wir ein bisschen Streuung reinkriegen In unsere Investitionen Dann wäre das auf jeden Fall Nochmal Ein kleiner Streufaktor Ähnliche Technologien Ähnliche Thesen Für die Zukunft Aber genau Ein anderer Standort Und ein anderer Auch politische Und ökonomische Ja Ein anderer Kontext In dem du dich da bewegst Deswegen vielleicht spannend Ohne dass wir quasi Unsere Hauptthese Über den Haufen mehr Von uns sagen Wir glauben dass diese Unternehmen Auf jeden Fall irgendwie Die Zukunft positiv beeinflussen Und da etwas cooles draus machen Und das auch Einen guten Return on Investment hat Kann man halt auch sagen Hey cool Wir streuen trotzdem Ohne die These irgendwie zu verletzen Wir könnten auch sagen Wir kaufen jetzt Babynahrung Mit Nestle und so weiter Weil das ist eigentlich Gar nicht so unser Genau Unser Bild für die Zukunft Deswegen wäre das Vielleicht ganz nett Das müsste man mal überlegen Vielleicht mal das Session Auf jeden Fall Die Zahlen angucken Ich habe es noch nicht gemacht Ich weiß wie teuer die aktuell sind Ja aber man liest es ja immer wieder Das ist halt echt ein spannendes Ding ist Auf jeden Fall Man Noch Also Um noch kurz so ein bisschen was zu sagen Ich finde Das ist ja auch Man fragt sich ja selber dann auch so Wie steht man zu dieser These Des lesenden Menschen im Prinzip Also sage ich mal Möchte man das Oder nicht Und Selbst wenn man zu dem Entschluss kommt Ich möchte das nicht Was Finde ich gerade Zeitpunkt jetzt noch Irgendwie naheliegend ist Wobei es ja immer Heute aufgeweicht wird Ist ja dann immer die Frage Die damit einher geht Können wir überhaupt das vermeiden Oder geht es nicht zwangsläufig In diese Richtung Und müssen wir nicht gucken Wie wir uns Mit dem Wissen Das darauf hinausläuft So aufstellen Dass wir dann gut gewappnet sind Um mit diesem System Das kommen wird Umzugehen Und das wäre ja im Prinzip Dieser positive Ansatz Den wir daraus sehen Und so nach dem Motto Okay diese Unternehmen Werden wahrscheinlich Das Gesellschaftssystem prägen In irgendeiner Form So wie es Facebook auch gemacht hat Und so weiter und so fort Und jetzt sollte das Ziel Ja von den Menschen Und so von jedem Einzelnen Selbst sein Eher wie können wir Das positiv gestalten Ohne dann Ohne dann dass es Black Mirror 2.0 Quasi wird Ich glaube dass da schon Viele daran gescheitert sind Und alle immer dachten Hey das kriegen wir irgendwie hin Es wird niemals Atombomben geben Aber ja schade irgendwie doch Ja ich meine genau Das Beispiel zeigt ja irgendwie Klar ist immer noch Eine gewisse Gefahr da Eine gewisse Nationen Und ja Einfach immer noch die Macht haben Und die Fähigkeit haben Irgendwie Uns gegen alle irgendwie Auszuladieren Mit Schottdruck Aber es hat ja auch gezeigt Dass trotz dieser Technologie Es irgendwie geschafft wurde Bisher das zu verhindern Dass es noch nicht so ist Genau Durch das Miteinander reden Sich vereinigen Sich vertrauen Und nicht nur im Misstrauen zu leben Und so weiter Und ich glaube Oder es ist einfach Angst Ja oder es ist einfach Die gegenseitige Angst einfach Und ich glaube halt schon daran Dass wir es als Mensch Irgendwie hinkriegen Und es Trotz krasser AI Robotics Und sonstigen Technologien Die dann auch aufkommen Durch diese Unternehmen auch Oder auch den Social Score Dass wir es trotzdem hinkriegen Dabei nicht irgendwie Uns selbst zu vernichten Sondern es irgendwie schaffen Auf Kommunikationsebene Irgendwie was aufzubauen Was uns als Gesamtplanet Irgendwie nach vorne bringt Was auch immer das heißen mag Ja Sei es irgendwie Die Besiegelung von tausend anderen Planeten Oder einfach nur Dafür zu sorgen Dass wir noch mal tausend Jahre Irgendwie bekommen Und uns nicht gegenseitig Hier einfach kaputt machen Und das ist glaube ich Wiederum die Verantwortung Die jeder Einzelne irgendwo mitträgt Und deswegen Wir haben ja noch viel Zeit Ich meine Das ist das Coole Wir haben gerade noch drüber gesprochen Wie jung und dynamisch Und eigentlich Naja Dass man einen klaren Kopf haben sollte Und ich glaube Jetzt ist ein klarer Kopf Wichtiger denn je Weil es wird einfach komplexer Ja Es sind einfach viele Informationen Viele Dinge Die parallel passieren Es gibt kein Blueprint Es gibt keine Vorlage So nach dem Motto Wenn du einen Krieg verhindern willst Im 18. Jahrhundert Dann sorg dafür Dass du deinen Nachbarn Nicht ans Bein pisst So Das hat funktioniert Eine Weile Wenn man das wusste Alles cool Hast sie sieben Jahre lang Krieg verhindern können Jetzt ist es so Was ist eigentlich ein Cyberkrieg Wie sieht das aus Was bedeutet das Keiner weiß Dass das entsteht gerade Und in so einem Entstehungsprozess Im Überblick zu behalten Ist halt super Super anstrengend Genau Weil es ja eben auch Dieser exponentielle Verlauf Total genommen ist Also ich kann immer wieder Darauf gucken Okay Seitdem es Handys gibt Wie lange viel Zeit ist vergangen Und wie haben die sich weiterentwickelt Also es ist halt Es ist eine ganz andere Zeitspann Wie die Die unsere Eltern erlebt haben Zwischen Schwarz-Weiß Und Farbverse Ich habe keine Ahnung Wie der Zeitpunkt war Aber ich habe das Gefühl Das waren viel längere Zeitspannen Als es jetzt sind Und wenn man jetzt So zehn Jahre In die Zukunft denkt Und wenn man das vergleicht Mit den zehn Jahren Die wir jetzt in die Vergangenheit gucken Was da alles passiert ist Gab es schon Touchstrings Vor zehn Jahren So graub Da kamen die glaube ich Gerade so Da waren ja 16 Da kamen die glaube ich Gerade so mit 15 Da gab es so die ersten Nokia Mit dem Stift und so Und denkt Und jetzt gibt es halt Kein Handy mehr mit dem Tasten Ich suche dich halt Google einfach an Und du denkst Das ist ein Mensch Ja genau Und das ist halt das Was ich ganz spannend finde Und wo man wie du sagst Dann gucken muss Okay wie können wir das Irgendwie mitgestalten Und nicht ängstlich In der uns verkriechen Im Bunker Und sagen oh Gott Alles wird so schrecklich Ich möchte das nicht mehr mitnehmen Ja und vor allem Was ich halt so ganz geil finde Ist eigentlich müsste es Oder könnte man jetzt So etwas kreieren In verschiedenen Konstellationen Sei es auf staatlicher Ebene Auf Unternehmensebene Im Verein Oder sonst wo Wo man halt Leute Quasi trainiert Ausbildet Und den Blickwinkel schärft Und zu sagen Achte doch bitte einfach darauf Dass das was wir hier tun Uns nicht alle kaputt macht Also Beispiel Bei Tencent Oder sei es im Sportverein Oder sei es jetzt irgendwie Auf Regierungsebene zu sagen Wir brauchen eigentlich die Rolle Des Zukunftswächters Oder wie man das Immer beschreiben möchte Die es heute nicht gibt Aber die es geben sollte Future Supervisor Genau Das weiß ich nicht so Das könnten sein Irgendwelche Philosophen Irgendwelche Techniker Was könnten Im Westen alle zusammen Genau Oder einfach eine Gruppe von Menschen Die ganz andere Blickwinkel haben Auch ganz andere Interessen Mal die Skeptikantisch setzen Mal die Ultraoptimisten Und die einfach überlegen lassen Was kreieren wir hier gerade Und in welche Richtung läuft das Und so eine Art so ein Beirat Oder irgendwie sowas So eine Art beratende Kontrollfunktion Die irgendwie dafür sorgt Das geht ja voll in diese Richtung Diese Diskursethikabermas Und so Erinnerst du dich noch Im Philosophen nach dem Motto Wir wollen einen Diskurs schaffen Also quasi irgendwie Jedem, der betroffen ist davon Soll irgendwie ein Wort Soll mitreden können Bei diesen zukunftsweisenden Entscheidungen Dann kann man natürlich immer sagen Okay, das ist unrealistisch Weil man kann Das betrifft jeden Menschen auf der Erde Und es wird schwer Alle an einen Tisch zu kriegen Logistisch Jetzt mal ohne Scheiß Aber ganz kurz Wenn wir jetzt heute davon sprechen Dass wir es schaffen Quasi über jeden Menschen Ganz viele Informationen zu sammeln Und die quasi dann Zu einem Score zu rechnen Dann haben wir auch die Technologie Um quasi den Menschen zu hören Und sowas so doof Wie Hey Wir konnten einfach nicht Tausend Interviews machen Und von jedem die Nuancen Einfangen Und dann mit Du kannst auch eigentlich In so eine Art Demografie-Score Doch Demo Demografie Demografie Demografie-Score Ach, Demografie meinst du Okay Zu sagen Okay Wir hören jetzt jeden Einzelnen Du sprichst irgendwie Deine Bedenken Einfach auf dem Tape In eine Sprachnachricht Schick uns eine Sprachnachricht A5 Minuten oder so Genau Und das wird halt Und das ist wieder die Frage Inwiefern man dem Dem Prozess vertraut Aber wenn du sagst Du schaffst einen Prozess Der dann quasi Alle Stimmen Alle 80 Millionen Stimmen Zum Beispiel Deutschlands Irgendwie hört Und daraus quasi Eine Entscheidungsrichtung Rausgibt Sowas wie eine Art Bundeskanzler Der Eine AI sein könnte Oder wenigstens einfach Die Stimme des Volkes Irgendwie versucht Irgendwie Transparent zu machen Das ist ja jetzt schon mal Ein Fortschritt Dass man sagen will Wir nehmen das nicht nur Um irgendwie Kreditvergabe Irgendwie zu kontrollieren Sondern auch um Stimmungsbilder einzufangen Meinungen einzufangen Das könnte man dafür halt genauso nutzen Genau So eine weltweite Dugelumfrage Das ist ja jetzt schon realistisch Also du könntest ja jetzt einen Link generieren Den an jeden Menschen Okay, dann müsste jeder Zugang zum Internet haben Und so Dann musst du dafür sorgen Dass es nicht doppelt Und dreifach gezählt wird Aber das können wir nicht kriegen Das klingt realistisch zumindest Klar, es klingt auch Als gäbe es da viele Angriffsstellen Für Manipulationen Und so weiter und so fort Aber es ist zumindest Ein realistisches Szenario Und das ist ja irgendwie cool Wenn alle informiert werden Über alle Geschehnisse Der Welt und so Das ist schon interessant Also deswegen Ich glaube da geht super viel Also ich glaube die Welt ist bunt In der Hinsicht Also man kann echt viel machen Also ich frage es nur Worauf hat man Bock Und worauf stürzt man sich Ja, ja, ja Ja und leider Was halt dann so ein bisschen schade ist Ist halt nicht immer Dann fragt man sich immer Wo, in welche Richtung fließt das Geld Und wer bestimmt In welche Richtung es geht Und das ist dann leider meistens ja nicht Meist Oder oft sind es dann nicht Die Cleveren Mit schönen, positiven Ideen Sondern es ist halt meistens eher Okay, wie können wir Profit machen Und so Das ist ja schon so eine Richtung Die leider oft die Richtung Die Marschrichtung vorgibt Aber meistens setzt sich Also ich habe das Gefühl Die anderen Gepunkt Die mit den sterben Ja auch nicht weg Unbedingt Die kriegen vielleicht nicht Die Aufmerksamkeit Aber trotzdem sind sie da Und ich glaube Dass das schon wichtig ist Ja Es ist halt die Kunst Irgendwie aus so einer Idee Des Traumtensers Irgendwie eine umsetzbare Sache Zu machen Und dann auch einen Fahrplan Dafür zu zeichnen Ich glaube dann kriegst du auch Geld Also aktuell fließt so viel Geld Irgendwie Helfen Auch die Bundesregierung vergibt Geld ohne Ende Das Land NRW hat riesen Startup-Programme Du kannst irgendwie 100.000 Euro Für eine Idee Und dann kannst du Nimmer Punkt Idee Nimmer Punkt Idee Also was ich damit sagen will Es gibt unendlich viele Geldquellen Klar Die Arbeit wird die niemand abnehmen Hinzugehen und zu sagen Ich habe eine Idee Und ich überlege Wie ich die realistischerweise umsetzen kann Das ist halt verdammt viel Arbeit Und das ist aufwendig Und kostet dich Zeit Und Nerven Aber die Frage Die man sich dann stellen muss ist Will ich das? Ist mir das wichtig? Wenn ja Dann gibt es Möglichkeiten Dann kannst du keine Ausrede finden So nach dem Motto Oh ich habe die beste Idee der Welt gehabt Aber das ging nicht Also da fehlt mir echt Jedes Verständnis für Also es gibt unendlich viel Geld Wenn du es halt richtig machst Und klar Kannst du sagen Ja meine Idee kam nicht an Dann war die Idee vielleicht auch scheiße Also da musst du halt dran arbeiten Oder du musst dich anders verkaufen Genau Du musst halt dran arbeiten Vielleicht hast du in der Umsetzungsplanung Und halt einfach Fehler gemacht Gerade bei solchen Themen Es gibt es keinen Fahrplan Du musst ihn selbst kreieren Und da musst du halt iterieren Und immer wieder nachbessern Und nachbessern Und nachbessern Und deswegen Ja Eigentlich ist es geil Also ich freue mich total darauf Weil ich mir auch denke Das was wir hier tun Mit dem Podcast Und das gibt halt auch nochmal So einen gewissen So eine Aufbruchstimmung So doof es klingt Wir gucken jetzt nach Stickern Wir gucken jetzt nach Webseiten Wir gucken uns an Wie funktioniert das denn jetzt In diesen fucking E-Mail-Newslettern Und so Wir kriegen ja beste Statistiken hin Das sind alles so Dinge Die wir uns nur fragen Weil wir mit irgendwas angefangen haben Was eigentlich bedeutungslos ist In vielerlei Hinsicht Aber für uns vielleicht gerade nicht Weil das gibt uns irgendwie So ein paar Fühler Und wir strecken die raus Und testen so ein paar Sachen an Und keine Ahnung Was sich daraus entwickelt Vielleicht gar nichts Aber vielleicht auch schon Vielleicht auch sehr coolen T-Shirts Mindestens das Mindestens das Ja Ich glaube das war Also gefühlsmäßig Muss ich zugeben War das mit einem Der geilsten Sessions Vorrate Weil irgendwie Habe ich das Gefühl Inhaltlich ist viel dabei gewesen Ich glaube viele Leute Die sich das anhören Würden Würden sagen Hey die eine Stelle Fand ich ganz smart Da kann ich was rausnehmen Ich finde es hat einen roten Farben Irgendwie Obwohl es so zwei große Parts sind Mit einer kleinen Unterbrechung Aber ich finde Das beiden Parts Kann man irgendwie so parallel Oder irgendwelche Verbindungen Herziehen Von daher Ich bin echt zufrieden Ja Ich glaube Ich nehme einfach Musik Die ich gerne höre gerade Das ist Treppmann Grauer Beton Packet Plays Passt gut wegen China Und so große Städte Grauer Beton Warte wir sollten echt mal Nach China fliegen Oh lass mal machen Ich will immer mit dir Auch mal nach Moskau Ja das würde ich auch gerne Das würde ich auch gerne machen Lass mal angucken Vielleicht suchen wir danach Das macht es Man hofft Wenn man das heute erzählt hat Dass wir einfach reisen gehen Dass alle sollen abreisen Das wäre okay Das wäre okay Das einfach zu beschließen Weil wir einen Grundaffel hätten Wenn wir sagen Ey wir haben so ein krasses Bild davon Lass uns diesen Social Selbst mal spürt Für ein paar Monate Das ist mal ein Projekt Gaijin Dann wird mir wie bei Tukke dürft Das ist ja Achso scheiße Ja Können wir das rausschneiden Ob wir mal den nehmen Nein So weit hat Ey keiner Keine Sorge Okay cool Alles klar Grauer Beton Was geht ab Playlist der Woche Peace out A-Town Bitte